Okay, okay. So now Healing School. Und jetzt ist Heilungsschule. Seid ihr bereit, was über Heilung zu hören? Yeah, yeah. Genau. I love that subject. Mia, ich liebe dieses Thema. Healing is a very, very important subject for us. Und Heilung ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Because really, if this tent we live in doesn't function well, it's difficult for us, right? Ja, weil wirklich, wenn dieses Zelt, dieser Körper hier, in dem wir leben, wenn der nicht gut funktioniert, dann ist es ganz schwierig. And I know that last week, I don't know who of you were able to be here last week. Und ich weiß nicht, wer letzte Woche hier sein konnte. But I know Martina was talking about that God is a liberal giver. Aber ich weiß, dass Martina darüber gesprochen hat, dass Gott ein freigebiger Geber ist. That he loves to give to us. Dass er es liebt, uns was zu geben. Und dass er es liebt, uns Heilung zu geben. Okay? That it's nothing, which he is holding back. Das ist nichts, was er vor uns zurückhält. And I want to actually continue on that thought a little bit, okay? Und ich möchte mit diesem Gedanken ein bisschen weitermachen. So let's go please to Hebrews 11, verse 6. Dann schlagt doch mal Hebräer 11, verse 6 auf. That's where I think you looked at last week. Das habt ihr euch letzte Woche ja auch angeguckt. Und dann haben wir eine kurze Wiederholung von letzter Woche. Und Wiederholung ist der Motor des Lernen. Hier in Hebrews 11, verse 6, es sagt, Also Hebräer 11, verse 6, Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. So you need to know that he is. Also wir müssen wissen, dass er ist. What is he? Was ist er denn? For example, he is a healer. Zum Beispiel, ist er ein Heiler. Oh, wow. Das ist eine gute Sache. Gut, das zu wissen. Und dann heißt es hier, dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Mit anderen Worten, er ist freigebig in seinem Geben an uns. So we're talking about healing, right? Und wir sprechen ja über Heilung. Und wenn du in deinem Körper krank bist, dann bist du wirklich verzweifelt, dass du Heilung brauchst. Du möchtest dann ja gesund sein. Ich hoffe so. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, nee, ich habe mich jetzt da so mit arrangiert, ich brauche jetzt gar nicht so geheilt zu sein, das geht schon so. Oder ich habe für Leute gebetet, und dann sind sie geheilt worden von der einen Sache, aber die andere Sache, die sie hatten, die wollten sie irgendwie behalten. Und es ist schwierig für mich zu verstehen. Weil ganz ehrlich gesagt, wenn wir in einem gesunden Körper leben, ist das ja so viel leichter. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt hier in der Heilungsschule, und da haben wir ja schon viel über Heilung gesprochen. Und wir wissen, dass es Gottes Wille für alle von uns ist, dass wir geheilt sind. Und wir wissen, dass Gott durch seinen Sohn die Heilungskraft freigesetzt hat. Also Gott hat uns das zur Verfügung gestellt. Aber dann ist es manchmal so, dass es uns schwerfällt, das zu empfangen, das zu erhalten. Ist jemand schon mal zu euch gekommen, hat euch ein Geschenk gegeben. Und manchmal sind wir so dieses, oh wow, toll, danke. Und manchmal empfangen wir so ein Geschenk, wo wir das Gefühl haben, das kann ich fast nicht annehmen. Ich bin nicht würdig, das so anzunehmen. Oder das von dir zu bekommen. Ich sage euch mal ein Beispiel, damit ihr es besser verstehen könnt. Und wie ihr wisst, ich bin ja viel am Reisen. Und manchmal bin ich auch in Ländern, wo die Leute in diesem Land nicht viel haben. Und dann kommen die Leute und die sind so gastfreundlich. Die geben wirklich letztendlich alles. Und ich weiß dann, dass sie fast nicht genug Essen haben für die Familie und dann geben sie mir das allerbeste von dem Essen. Oder ich war in Gemeinden und dann sammeln sie das Opfer ein und dann bekomme ich das Opfer. Und dann gucke ich mir das Opfer für mich an und dann sage ich, wow, das ist viel mehr, als die sie eigentlich leisten können. Das weiß ich. Also die geben mehr noch, als sie können. Und dann möchte ich fast so dieses, dann brauche ich mich fast nicht, das wirklich anzunehmen. Versteht ihr was ich sage? Und ich habe gemerkt, dass wir als Christen, wenn Gott sagt, ich habe Heilung für dich, ich bin dein Heiler. Heilung ist das Brot der Kinder. Wenn er solche Sachen sagt, dann stimmen wir in der Theorie damit überein. Wir wissen, dass Gott in der Lage ist, uns Heilung zu geben. Aber weiß ich, dass er sie mir geben will? You with me? Versteht ihr? Und ich weiß, die meisten von euch sagen, ja, ja, klar, will er mir das geben. Ja. Bis ihr dann denkt, naja, ich habe jetzt halt diese Erkältung, weil ich ja auch ohne Jacke rausgegangen bin. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob er mir jetzt heimlädt. Weil das war ja meine eigene Dummheit. Oder ihr wart beim Bungee Jumping und habt da euer Bein gebrochen. Und ihr hattet vorher so diesen Eindruck im Inneren, ich sollte das eigentlich nicht machen. Oder ihr hattet oder ihr habt während der Woche irgendwie alles chaotisch gelassen. You know what I mean. You said certain things you shouldn't say. Ihr habt irgendwas gesagt, was ihr nicht hättet sagen können. You freaked, you lost your temper. Ihr habt irgendwie Beherrschung verloren, seid laut geworden. Whatever. Egal was. Und jetzt denkt man dann, jetzt wird Gott mir die Heilung nicht geben. Wie weiß ich das? Ich bin ja auch ein Mensch, genau wie ihr. Aber deshalb müssen wir darüber sprechen. Weil wenn er ein freigiebiger Geber ist, wenn er geben möchte, dann wäre es ja nur schlau von uns, dass wir das annehmen. In Romans chapter 8 verse 32 it says, in Römer 8 Vers 32 da steht, he says, he that spared not his own son but delivered him up for us all who shall be not with him also freely give us all things. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? So he is willing to give us all things. Er ist also bereit und willig uns alles zu geben. Das war in Römer 8 Vers 32. And I have noticed something. Und ich habe was so bemerkt. We have an issue with really believing that he wants to give to us. Wir haben da so eine Sache, dass wir Schwierigkeiten haben zu glauben, dass er uns geben will. And we are talking about giving us healing. Und wir reden davon, dass es uns Heilung gibt. Because we have a hard time to believe that God is good. Weil es uns schwer fällt zu glauben, dass Gott gut ist. I mean, if you ever heard me minister a little bit, you have heard me say this. Also wer mich schon öfter mal predigen gehört hat, der hat mit Sicherheit Folgendes schon gehört. Weil ich immer sage, Gott ist gut, Teufel schlecht. Gott gut, Teufel schlecht. Und wir stimmen damit überein. Gott ist gut. Und wenn ich euch fragen würde, ist er dein Vater, dann würdet ihr wahrscheinlich, ja, ja, er ist mein Vater. Aber ich habe gemerkt, dass wenn wir eine Offenbarung darüber haben, dass er wirklich ganz echt mein Vater ist, mein guter, guter Vater, dass er ganz wirklich für mich ist, dann ist es viel leichter für mich zu empfangen. Weil ich weiß nie, wie es bei euch ist, aber kleine Kinder, die haben keine Probleme, was von ihren Eltern zu empfangen. Habt ihr schon mal ein kleines Kind gesehen? In her age. Ungefähr hier, Alter. You give her something. Wenn man denen was gibt, irgendwas, was die gerne haben wollen, und dann sagen die, sagen die dann, Och, nee, das kann ich jetzt aber nicht annehmen. I have not been good the last half an hour. I cannot take this. Nee, das kann ich nicht annehmen. Ich war die letzte halbe Stunde nicht gut genug. Nee. No, no, they don't do that. Nein, das einfach die nicht. We are like, wow, keep it going. Yeah. 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 Right. Right. We still don't have to think about that. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. You know, when I was a child, als ich ein Kind war, my dad was traveling a lot for business, war mein Vater, der war Geschäftsmann, ist viel gereist. And every time he promised us that he would bring us something. Und jedes Mal hat er uns versprochen, dass er uns was mitbringt. And he always said. Und er hat immer was mitgebracht. So really, I hardly didn't greet him. It was like, hey dad, what did you bring? Und dann habe ich ihn fast nicht begrüßt, sondern habe gleich gesagt, Kalle, Papa, was hast du mir mitgebracht? And anything, what he gave me, I was just happy about. Und alles, was er mir gegeben hat, das hat mich gefreut. Why? Because it was good, what he gave me. You understand? Remember, God is good, devil bad. God is good, teufel schlecht. That's a simple message. That's a simple message. Healing is a good thing. And Heilung is a good thing. So if we need healing, when we're Heilung brauchen, and he is a good father, and he is your father, and he is your father, that you know, that you can come like a little child and receive from him. Dann weißt du, dass du wie ein kleines Kind zu ihm kommen kannst und von ihm empfangen kannst. We need to have a revelation about him being your father. Aber wir brauchen eine Offenbarung darüber, dass er unser Vater ist. And I mean, I don't know your background, okay? Und ich kenne ja jetzt euren Hintergrund. Some of you know a little bit better. Manche kenne ich ein bisschen besser. But I don't know how your father is. Aber ich weiß nicht, wie euer Vater ist oder war. Talking about nature. Also unser natürlicher Vater. But I have talked to people who had really bad fathers. Aber ich habe auch mit Menschen gesprochen, die deren Vater wirklich schlecht waren. And they say like, yeah, but you know, it's so hard for me to believe this or to understand this. Und die sagen dann, ja, das ist für mich halt wirklich schwer, das zu verstehen und das wirklich zu sehen. Because I have not experienced it. Weil ich sowas noch nie erfahren habe. And I'm truly sorry. Und es tut mir wirklich leid. I'm not taking this lightly. Und ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Aber ich habe den Leuten dann folgende Frage gestellt. How do you know that your father was bad? Woher weißt du, dass dein Vater schlecht war? Do you have an understanding on how a good father looks like? Hast du denn ein Verständnis, eine Erkenntnis darüber, wie ein guter Vater aussieht? And everybody said to me, yes. Und alle Leute haben dann gesagt, ja, habe ich. You understand what I'm saying? We know what we look for a good father. Wir wissen ja, nach was für Eigenschaften wir in einem guten Vater ausschauen halten. Good. And caring. Gut. Und jemand, der sich kümmert. Who is really there for us. Der da ist für uns. Who listens. Der zuhört. Who provides. Der uns, äh, der versorgt. Who gives security. Der Sicherheit gibt. Yes, who gives direction. Ja, der auch sagt, was lang geht. And who might even give correction. Und der auch Korrektur gibt. But correction out of love is a good thing and we want that. Aber Korrektur aus Liebe heraus ist eine gute Sache und wir wollen das. You understand what I'm saying? We all know what we're looking for. Wir wissen alle, nach was wir da ausschauen. I have good news for you. Und ich habe gute Nachricht und du hast so einen guten Vater. Which is our heavenly Father. Und das ist unser himmlischer Vater. He is just like that. Er is genau so. He is like that. Er is so. He can't hold himself back. Er kann sich gar nicht zurückhalten, gut zu sein. Er ist ein guter Vater. Er ist ein guter Vater. Und er ist dein Vater. Did you know that? Wusstest du das? In Galatians. We were in Galatians earlier, but now we're back in Galatians. Und jetzt wieder im Galaterbrief. Da waren wir ja vorher schon. Und jetzt wieder. In Galatians chapter 4, in verse 6 it says, Galater 4, Vers 6. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Aber Vater. Hm. Ihr Söhne. Oh, ihr seid Söhne. Ihr seid Töchter. Ihr seid Kinder. Und wir können jetzt rufen, Aber Vater. Und ich hoffe, ihr wisst, dass es nicht über diese old swedish music group when it says Abba. Ihr wisst ja, dass hier nicht die Rede von der alten schwedischen Popgruppe ist, wenn es hier Abba heißt. Okay. This is actually the word for Daddy or Papa. Das ist hier, das Wort meint eigentlich Papa oder Daddy. You know, what does it mean? It's like there is a closeness of a relationship. Da ist die Rede von dieser ganz engen Beziehung. And then it goes on in verse 7, Therefore you are not more a servant but a son, and if a son, then an heir of God so Christ. Und dann steht in Vers 7 weiter, So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wow. Wow. This is so powerful. I mean, and if you look into these, you know what we were just talking about the lesson before, da steckt so viel Kraft dahinter. Und wenn man sich das anguckt mit dem, was wir letzte Stunde gesprochen haben, dass wir in Christus sind. And now we realize, okay, we are sons and we are daughters. Und jetzt realisieren wir, dass wir Söhne und Töchter sind. That we can call him Daddy, Papa. Dass wir ihn Daddy anrufen können, Papa sagen können. However you call him, egal wie du ihn nimmst. Und es ist eben nicht dieses ist, oh, ich habe jetzt Angst in die Gegenwart. Gottes zu kommen. Wo man Angst haben muss vor seinem Vater. Sondern wo wir voller Freude in seine Gegenwart kommen und uns darauf freuen, Zeit mit ihm zu verbringen. Denkt dran, wir sprechen immer noch über Heilung. Für andere Sachen gilt das alles natürlich auch. Aber ich habe gemerkt, wenn wir wirklich die Heilung, die uns gehört, ergreifen wollen, dann brauchen wir eine Offenbarung über unseren Vater. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Du bist von ihm geliebt. Er möchte dir gute Gaben geben. Nicht nur eine Gabe, sondern eine gute Gabe. Ihr kennt den Unterschied, oder? Also gestern war mein Geburtstag. Gestern war mein Geburtstag. Gestern war mein Geburtstag. Ich habe das nicht gesagt, aber ich habe das nicht gesagt. Aber ihr wisst ja, wie es ist am Geburtstag. Man bekommt ein paar Geschenke und man freut sich. Und dann bekommt man ein paar Geschenke. You know what I mean? There are some gifts where you think like, wuhu, that's exactly what I wanted. Ja! Geschenke, wo man sagt, wuhu, das ist genau das, was ich haben wollte. You know what I mean? You are thankful for the others. Man ist auch dankbar für die anderen Geschenke. But if somebody really hits the spot, you are like, wow! And God is so good, and he knows you so well, that he hits the spot every time. Dass er immer die richtige Sache trifft. He knows exactly. So he is not just willing to heal you of your little throat pain, which you have, because you were out there without the codon. also God is not just ready, you from your little heat to heal and that to heal because you don't have to heal you out there. But he is such a good daddy. He knows what's going on within your body and he knows what's going on in your body that he is willing to give you complete healing. and he is ready look at this, that he is good. Then wollen wir uns mal anschauen, dass er gut ist. Because I mean, I could stand here and tell you this over and over again. Weil ich könnte euch das jetzt hier immer wieder nochmal sagen. And it's good that you hear it. Und es ist auch gut, dass ihr das hört. But it's important that you see it in the Word of God. Aber es ist auch wichtig, dass ihr das in der Bibel selber nachlebt. Let's go to Psalms 34, verse 8. Schlagt doch mal Psalm 34, Vers 8 auf. Yeah. Maybe it's 9. I'm not sure. Psalm 34, schauen wir mal, In English it's verse 8, sometimes in German it's verse 9 or the next verse. Also Psalm 34, manchmal, in Englischen ist es Vers 8 und wir schauen mal, ob es im Deutschen... Ja, es ist Vers 9. Okay, it says here, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Da steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. So in German it says that he is friendly. In English it says that he is good. Im Deutschen steht hier er ist freundlich, im Englischen steht er ist gut. He is good. Er ist gut. He is a good father. Er ist ein guter Vater. Psalms 119, dann Psalm 119, Vers 68, Vers 68, Psalms 119, Vers 68, that says, you are good and you do good, teach me your statutes. Da steht, du bist gut und tust Gutes, lebe mich deine Anweisungen. Wow, super. So he is good and he does good things for us. Also er ist gut und er tut gute Dinge für uns. I don't know about you, I like that. Also das gefällt mir wirklich. Es ist gut, wenn man von guten Leuten umgeht. Und es ist sogar noch besser, wenn sie einem gute Sachen tun. So God is our father and he is our good father. Und Gott ist unser Vater und unser guter Vater. Let's go to James chapter 1, verse 16. Schlagt mal Jakobus 1, verse 16 auf. You probably have looked at that last week. James chapter 1, verse 16, it says, Jakobus 1, verse 16, Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderungen ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. So can you see every good gift and every perfect gift comes from the Father, it says here. Hier steht, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater. Comes from the Father. Comes from the Father. So every good and every perfect gift comes from the Father. Jede gute und jedes vollkommene Gabe kommt von dem Vater. Wow. And we cannot change, that's actually what it's talking about, that there is no shadows turning. Das ist hier gemeint mit all diesem Schattenwechsel und so weiter. So he cannot change, he is the same. Und Gott kann sich nicht verändern, er ist immer derselbe. That's very good. Das ist sehr gut. So he's our father. Also er ist unser Vater and he's a good father. Und er ist ein guter Vater. Wenn wir nur das ergreifen und verstehen, dann wären wir schon andere Leute. Because how often have we thought that God's thoughts towards us are not good? Weil wie oft haben wir gedacht, dass die Gedanken, die Gott über uns hat, nicht so gute Gedanken sind? Because you know, we think God is like us. Weil das ist nämlich, weil wir denken, dass Gott so ist wie wir. You know how we are, come on. Weil wir, ihr wisst ja wie wir sind. You can look at me as holy as you want to. Ihr könnt mich so heilig angucken wie ihr wollt. You know that there are people who get on our nerves. Ihr wisst genau, dass es Leute gibt, die uns auf die Nerven gehen. You know, they act a certain way and they're thinking like, oh. Wenn die sich dann irgendwie verhalten und wir denken, oh. Right? I hope they're not showing up today. I hope they're not showing up today. I hope they're not showing up today. You know what I mean. And we don't want to do good to them. Und denen wollen wir nicht unbedingt was Gutes tun. If we are mature, we on purpose do them good. Okay? Und wenn wir gereift sind, dann tun wir denen mit Absicht was Gutes. You know, but God is not like that. Aber Gott ist nicht so. He looks at you, er guckt sich dich an and he is amazed. Und er ist erstaunt. Remember, he sees you in Christ. Denk dran, er sieht dich in Christ. And he has chosen you. Und er hat dich erwählt. Handpicked. Er hat dich handverlesen. Er guckt dich an und sagt, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich liebe dich. Und ich bin absolut für dich. Und jede gute Gabe ist hier bereit für dich. Und da ich eine Offenbarung darüber habe, komme ich ganz offen und frei zu meinem Herrn und bitte ihn um Heilung. Ihr versteht, was ich meine? Es ist nicht so dieses, oh bitte Gott, könntest du Ich verspreche auch, dass ich morgen besser bin und dass ich mich morgen besser verhalte. Könntest du mir bitte meine Heilung geben? Nein, nein, nein. Nein. Es ist wie bei den kleinen Kindern, wo wir vorher von gesprochen haben. Ich renne in die Gegend, hey, ich bin hier, heilig, danke. Ich renne in die Gegend, Gott ist in Gott, oh ich bin hier, Heilung, vielen Dank. Und dann nehme ich das. Weil ich weiß, dass mein Vater gute Gaben für mich hat. Und er liebt es, mir gute Gaben zu geben. Und zwar nicht nur an Weihnachten und zum Geburtstag, sondern 365 Tage in der Geburtstag. Und er hat gute Gedanken über dich. Und ich habe euch gesagt, dass Gott sich nicht verändern wird. Er wird sich nicht ändern. Er ändert sich nicht. Wir haben uns das im Jakobus angeguckt. Er verändert sich nicht. Und wir haben in mehreren Versen in den Psalmen geguckt, was der Alterstestament ist. Und er sagt, er ist gut und er tut Gutes. Und dann haben wir in Jakobus gesehen, dass er gute Gaben gibt. Und dass er sich nicht verändert. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass er unser Vater ist. Dass er ein guter Vater ist. Aber dass er auch nicht ein Vater ist, der sich verändert. Das ist ganz wichtig. Weil wenn man sich nicht sicher ist, ob jemand anders seinen Sinn wechselt, habt ihr schon mal euren Sinn geändert? Dass ihr eine Entscheidung getroffen habt? Und nach einer Weile sagt er dann, ach nee, 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 machen wir das jetzt mal anders. Und wenn wir als Menschen, wenn wir wirklich echt sind als Menschen, wenn wir wirklich echt sind als Menschen, das Verhalten der anderen nicht gemocht haben. Exactly. Thank you. Don't confuse me here, Martin. Ah, genau. Keine Verwirrung hier. And then I said, oh, I wanted to do this for you, but now I will love because you acted a certain way. Und dann sagen wir, ja, ich wollte das eigentlich für dich machen, aber jetzt hast du dich so und so verhalten, jetzt möchte ich das nicht mehr. Und dann denken wir automatisch, dass Gott auch so ist. Aber Gott ist nicht so. Er hat gesagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat gesagt, ich bin kein Mensch, ich kann mich nicht verändern. Und wenn er uns Gutes tut und er gut ist, dann ist er immer gut und er wird uns immer Gutes tun. Warum spreche ich hier darüber? Weil ich weiß, welchen Kampf wir oft haben, wenn es darum geht, Heilung anzunehmen. Oder wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten in unserem Leben haben. So diese eine Sache, wo wir dauernd drüber stolpern. Das ist so wie mein Stolperstein. Und dann gehen wir zu Gott und sagen, Herr, ja, tut mir leid, ich werde es nicht mehr tun, ich verspreche dich, ich werde es nicht mehr tun. Und dann passiert es noch wieder. Und dann hat man auf einmal diese Rückenschmerzen. Und dann denkt man, naja, jetzt kann ich ja so nicht zu Gott gehen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich habe es ja wieder völlig vermasselt. Ich habe mein Wort nicht gehalten. Ich habe das Falsche gemacht. Ich habe diese ganze Sache nicht wirklich geklärt, nicht wirklich richtig gemacht. Und jetzt trauen wir uns nicht, zu Gott zu gehen und unsere Heilung zu empfangen. Aber Gott hat gesagt, ich verändere mich nicht. Und ich bin gut. Und ich werde Gutes tun. Immer. 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 Ja, aber Monika, du verstehst nicht, das ist zu schwer, dass Gott etwas tun kann. Ja, aber Monika, du verstehst nicht, das, was ich habe, das ist zu schwierig, zu eine ernsthafte, Sache, als dass Gott darauf tun könnte. Wer sagt das? Hat Gott das gesagt? I have not read this in a word. Das habe ich in der Bibel noch nicht gelesen. Nichts ist unmöglich für Gott. Ja, aber weißt du, ich bin ja selber schuld an der ganzen Sache. Gott ist trotzdem und immer noch gut. Er ist immer für dich. Er verändert sich nicht. Er ist dein Vater. Er ist ein freigebiger Geber. Und da gibt es auch keine Bedingungen. Dieses Geben ist nicht an Bedingungen geknüpft. Versteht ihr, was ich damit meine? Ich bin in einem kleinen Dorf in Deutschland groß geworden. Und in Süddeutschland, da haben wir immer diese Sache, da wird immer darüber geredet, dass die Leute geizig sind. More or less from this probably the wrong word. I probably should say this differently. Let me rewind. Ja, ich müsste kurz zurückspulen. Ich muss es anders aussehen. Singi is not the right word. Geizig ist nicht das richtige Wort. if you do something for me, I have to pay you back. Es ist dieses Denken von wenn du mir was Gutes tust, dann muss ich es dir zurückzahlen. Wie ihr wurde toll über? Wisst ihr von, was ich spreche? I remember growing up. Und ich erinnere mich, als ich groß geworden bin. Danach, da hatten wir diesen Nachbarn und meine Mutter und diese Nachbarin die haben dann immer aufgeschrieben, wer wem was zum Geburtstag gegeben hat. Und Weihnachten. Wisst ihr warum? Weil sie auch nur mal sicher gehen wollten, dass sie beim Geburtstag von der anderen Person der Person um das ungefähr gleiche Preisverhältnis geschenkt geben wollen. Weil wenn man das nicht machen würde, dann ist die Nachbarin sauer. Oder die anderen Nachbarn fangen an, über dich zu reden. You know what I mean? Wisst ihr, was ich meine? This person would complain and tell everybody else how bad a gift you gave. Diese Person würde sagen, wow, wie unzufrieden sie mit dem Geschenk gewesen ist und so weiter. As a child, I would have thought like, stop giving something to each other. You don't want to do it anyway. Jetzt habe ich immer gedacht, hört doch auf, euch überhaupt Geschenke zu machen. Ihr wollt es überhaupt nicht. You know, it was not really. There was no liberality in giving. Da war überhaupt keine Freigebigkeit bei dem Geburt. You know, there was no joy in doing this. Da war überhaupt keine Freude dabei. They were not good in what they were doing, to be honest. Die waren wirklich nicht, die hatten keine gute Einstellung beim Gehen. And they weren't even thinking, let me find something they might like. they were just giving a gift. Und die haben sich nicht mal bemüht, was zu finden, was als Geschenk, was der anderen Person gefallen würde. Die wollten einfach nur ein Geschenk geben. Because they had to. Weil sie mussten das halt machen. You know what I'm talking about. Ihr wisst ja, was ich meine. And sometimes as believers, that's the way we're acting. Und manchmal verhalten wir als Christen uns. As the recipient, that we think that's the way God deals with us. Als Empfänger, dass wir denken, dass Gott sich so uns gegenüber verhält. Aber that's not the way he is. Aber so ist Gott nicht. He doesn't want to pay back. Gott möchte nicht, dass wir ihm das zurückzahlen, was er uns als Geschenk gegeben hat. He doesn't want to give back. Gott möchte kein Geschenk zurückhaben. Because with that wrong thinking, weil mit so einem falschen Denk, we might dare to come and say, you know, I have a little headache. Could you please take that pain away? Da, da, da trauen wir uns vielleicht zu ihm zu kommen und zu sagen, oh Gott, ich hab da so ein bisschen Kopfschmerzen. Kannst du mir das wegnehmen? But then you go to the doctor, you get diagnosed with cancer and you think that I can never pay you back for a healing need of cancer. Und wenn man dann aber zum Arzt geht und der Krebs feststellt, dann denkt man sich, ja, aber für eine Heilung von Krebs kann ich ja Gott nie zurückzahlen. You can't. Kannst du nicht. You don't have to. Und brauchst es auch nicht. You know why? Weißt du, weißt du warum? Christ has already paid for you. Christus hat schon dafür bezahlt. Amen. Ja. So, but we have to receive. Aber wir müssen es empfangen. And if I know that God is a good father, wenn ich weiß, dass Gott ein guter Vater ist, and then he's good to me, und dass er gut zu mir ist, and then he's no changing, und dass er sich nicht ändert. And we could go on and on and on. He's merciful. Und da könnten wir jetzt noch weitermachen, dass er barmherzig ist. He's faithful. Dass er treu ist. You know, he's just awesome. Dass er einfach so genial ist. And he looks at you, und er guckt dich an, and he says, what do you want? And er sagt, was, was möchtest du? Sag es mir. Just tell me. Sag es mir einfach. I'm glad you give it to you. Ich gebe es dir voller Freude. Isn't that awesome? Das ist doch fantastisch, oder? Isn't that awesome? Das ist doch super. That's how good he is. So good is he. And even gooder than that. Und selbst noch Güter. That was good. You get my point. And I really believe that if we have a revelation of that he is a liberal giver, und wenn wir nur offenbarungen haben, dass er dieser freigiebige Geber ist, and that he is a good daddy, und dass er ein guter Papa ist, that he's always for me, dass er immer für mich ist, that he's good to me, dass er gut zu mir ist, dann gehen wir einfach ganz offen und ohne Bedenken in den Thronraum Gottes. and to say, okay, here I am, und sagen, hier bin ich, I need this plus. Ich bitte, ich brauche das und das. I need healing for that and that. Ich brauche Heilung für das und das. And we know he gives it to us. Und wir wissen, dass er es uns gibt. He doesn't hold anything back. Er hält überhaupt gar nichts zurück. Amen. 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 Okay. Let's pray, okay? Lasst uns beten, okay? Amen. Halleluja. Du bist ein guter Vater. Du bist ein guter Vater. Ein sehr, sehr guter Vater. Ein sehr, sehr guter Vater. Danke, 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 dass du so gut zu uns bist. Und du kennst jeden Einzelnen von uns. Und du weißt, wo wir Schwierigkeiten haben zu empfangen. Oder wo es uns schwerfällt, dich mit dem richtigen Blick zu sehen. Und ich danke dir, dass du dich uns als guter Vater offenbarst. Als ein heilender Vater. Vielen Dank. Und ich danke dir genau jetzt, dass, wenn wir dich als solchen guten Vater annehmen, und wissen, dass du gut bist, dass genau jetzt, Vater, jeder Schmerz gehen muss, dass keine Krankheit bleiben kann. Und ich spreche aus, dass wir vom Kopf bis zum Fuß in göttliche Heilung wandeln. In der Fülle der Vater. Weil wir verstehen, wie gut du bist. Und dass jede gute Gabe von dir kommt. Und Heilung ist eine wunderbare Gabe. Und wir empfangen das freigiebig. Vielen Dank. Und vielen Dank dafür, Vater. Und wir wollen dir sagen, Vater, dass wir dich lieben. Oh, wir danken dir so sehr für all das, was du uns gegeben hast. Du bist gut. In Jesus' Namen. Amen. 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 Amen.